...erinnern Sie mich? Ja. Verdammt sollen diese Nerimesen sein. Das ist doch einfach nur Wahnsinn. Schreitet wohl, Schwester. Und gar nicht zu viel Witze. Das Wunderkind. Wie schön. Okay. Schreitet wohl. Das ist eine Frau. Das macht doch keinen Sinn. Nein, das macht alles keinen Sinn. So. Ich muss jetzt den letzten schwarzen Stein besorgen. Mal gucken, wie lange das doch dauert. So, äh, ach ne, nicht hier, sondern da. Äh, nein. Genau. Wo ist der Typ denn? Ähm, Jotsch. Ja, kein Ästen haben wir herausgefunden. Aha. Und zwar, äh, L. Okay, Adelsviertel. Okay. Also ab zum Adelsviertel. Mal gucken, was du mir zu erzählen hast. Hymne des Wüstenkönigs, eine neue Interpretation des Werkes von Adrien von Nett. Äh. Hä? Was? Wessen Haus ist das hier? Äh. Na, das des Königs von Elt hinter Aranath und sollen nun 101 Lustknaben. Was soll die blöde Frage? Wenn ihr euch nicht mal sicher seid, wessen Haus das hier ist, dann habt ihr hier erst recht nichts verloren. So, so ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt, niemanden, und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitte schön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Oh, na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? So viel mache ich in einer Stunde. Vergesst es. Ihr solltet über mir Groschen zu. Komm. Okay. Dann gucken wir mal im Archimisten Glück. Ob ich hier ein bisschen was... Lass mir doch mal hier dran. Dann kann ich ein bisschen was machen. Ne, kann ich gar nicht. Aber ich kann euch doch ein bisschen was verkaufen, oder? Was? Oh. Ja, natürlich. So. Mhm. Äh. Nein. Aber hier noch so ein bisschen... Frostschaden. Feuerwiderstand. So. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Für meinen gewissen Typen da. Mit zwischen Umrat und Umrat. Was? Dann hört mir mal gut. Und wer seid jetzt bitteschön ihr, dass ihr... Oh. Na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? Hm. Na schön, her damit. Ich werde dann mal eben, äh, verschwinden. Die Wachen drin werden denken, dass sie erwartet werden. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen. In Ordnung? Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. Also los, rein mit euch. Okay. Möge sein Licht euch leiten. Erwartet Meister Deilgeiss euch. Geht einfach hoch. Er ist in seinem Schreibzimmer. Hoch. Schreibzimmer. Ach da. Haha. Ja bitte. Ja bitte. Ja bitte. Ja bitte. Ja. Warte mal. Ne, das möchte ich nicht. Ich möchte... Da. Wieso ist denn jetzt nicht... Wieso ist denn jetzt nicht... Aber verdammt. Hier oben... Anwesen... Anwesen... Ja bitte. Nein. 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 Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Nicht ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keschan hier noch einmal gut überlegen. Ach, mit mir reden wollt ihr. Ja. 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 Äh... Äh... Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? Ich müsste nur meinen kleinen Finger krümmen. Und ihr würdet den Rest eures Lebens als Lustsklavin in der Silberwolke verbringen. Ich hoffe, das ist euch klar. Und jetzt kuscht zurück in die Küche, Weib. Wenn es nach mir ginge, dürften Frauen ohnehin kein Schwert am Gürtel tragen. Eine Schande, was aus unserer Gesellschaft geworden ist. Keschan, bring meinen Gast vor die Tür. Und sorg dafür, dass er dort bleibt. Nein, lass das jetzt nicht abgestürzt sein. Okay, alles in Ordnung. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Kampen der Welt ist. Was finden... So schnell geht das. So schnell geht das. So schnell geht das. Wurde entdeckt. Wunderschön. Ach, Mist Okay Das ist gut Hier geht's nach oben Zack Anwesen öffnen Autosaving Adelsviertel Was hast du mir zu bieten? Hm Wie geht's denn jetzt weiter? Es ist eine gute Frage, wie geht's hier weiter? Muss ich jetzt über das Haus drüber springen oder was? Jetzt J Finde etwas unter Im Schlafzimmer Kelsch des alten Volkes Silberlöffel Feine Robe Feine Kleidung Hmm Hmm ...